Okay, schauen wir uns das Haar-Ding hier auch nochmal an. Ist das eine gute... Eieieieiei, was ist denn mit dir passiert? Sharon, wir haben uns doch gerade gesehen, du hattest doch gerade noch ein Handtuch auf dem Kopf. Was hast du gemacht? Bist du im Buschbaden wieder? Hey Leute, was geht's? Danja hier bei Spiel&Labs & Games. Und Leute, ich habe mich mal wieder ganz tief hineingewagt in das Meer der Apps & Games. Ich habe so gemacht und dann habe ich einen Kopfsprung da reingemacht. Juhu! Das war alles nur kein Kopfsprung. Geht ihr? Also passt auf, Leute, ich habe mir mal ein paar Apps rausgesucht. Und ich habe mir mal die Apps rausgesucht, die so ein bisschen girly gemacht sind. Wo dabei steht, dass das Apps für Girls sind. Oder eben girly Apps, wenn man das mag. Und ich möchte die heute testen. Ich möchte testen, ob die gut sind, ob ich die so als Girl ganz gut finde. Oder ob ich die eher so meh finde. Ob die vollkommener Käse sind oder ob die mich total mitreißen. Und dann machen wir jetzt einfach hier mal so eine kleine Review. Eine kleine First Impression. Und schauen da mal rin, was da hier so losgeht. Wir haben zum einen die App Dress Up. Das ist wohl ein Anziehspiel. Es sieht hier schon sehr nach Prinzessinnen und Feen aus. Das finde ich besonders schön. Okay, also ich muss mir hier, glaube ich, eine Feenprinzessin, Prinzessin ausrufen. Äh, oh, ich finde dich toll. Ich möchte das. Okay, dann ziehen wir sie mal an, würde ich sagen. Sollen wir an den Haaren was machen? Ach ja, wir können ja was machen. Aber eigentlich gefallen die mir ganz gut so, wie sie sind. Äh, soll ich irgendwas auf den Kopf setzen? Vielleicht sowas? Ah, nee, das ist ja nicht. Nee, ich will wieder das, was sie vorher hatte. Wo finde ich das? Hier. Okay, jetzt ziehen wir ihr erstmal was an. Danach können wir irgendwie Accessoires gemacht. Okay, also es gibt hier so ein paar Kleider zur Auswahl. Und das ist aber toll. Ich glaube, so ähnlich sah mein Abschlussballkleid aus. Nur ohne Glück, klar. Aber auch ein rotes Lamm. Ui, guck mal! Ui, 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 ui. Also das gefällt mir aber schon sehr gut. Das ist aber auch schön. Oh, das sieht aus, es würde man durch so, das erinnert mich als, also das sieht aus, es würde man durch so einen schönen Garten spazieren. Wisst ihr, durch so einen Rosengarten. Da würde ich sowas tragen. Wenn ich, wenn ich in meinem Prinzessinnen-Modus bin, und dann habe ich so ein schönes Kleid an, und das ist so schön luftig. Und dann spaziere ich so durch meinen Rosengarten und tue so, als hätte ich meine ganzen Rosen selbst gekostet. Aber eigentlich war das der Gärtner, weil ich bin eine Prinzessin und deshalb gieße ich keine Rosen. So sieht dieses Kleid für mich aus. Ich habe viele Gefühle für dieses Kleid. Hm, was könnten wir denn noch? Das finde ich ein bisschen sehr profi, aber ich glaube, das Rosengarten-Kleid hat mir am besten gefallen. Irgendwie habe ich mich direkt damit verbunden gelegt. Okay. Achso, kann man das hier oben auch noch extra aussuchen, wie das aussieht? Ach nee, man kann Ober- und Rock aussuchen, aber eigentlich bin ich mit dem Kleid echt zufrieden. Also, ich muss da jetzt gar nichts mehr machen an dem Röckchen. Ich bin eigentlich happy damit. Okay, was haben wir hier? Oh, das sind hier so Tüchlein, die man über die Schulter legen kann, wenn es frischlich wird. Aber das passt nicht so gut zu dem Besuch im Rosengarten, ne? Ihr seht, wir gehen heute in den Rosengarten anscheinend. Oh, das passt doch aber richtig gut, ne? Das passt doch richtig gut. Auch wenn es jetzt vielleicht, wie gesagt, also wir gehen in den Rosengarten und es ist windig. Wir gehen in den Rosengarten und es ist windig, Leute. Dann tragen wir das. Dann haben wir das an. Handschuhchen. Ui, rübsch. Gleich mal. Na, lieber die. Papier. Ne, wir brauchen keine Handschuhe. Wir sind im Rosengarten unterwegs. Oh, Schuhe. 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 Das ist natürlich schwierig. Wie soll ich denn damit spazieren gehen? Ah nein, die sind ohne Absatz. Seht ihr? Sehr gut. Wir nehmen die hier. Guck mal, da ist schön Rosen dran. Passt perfekt. Nehmen wir. Ist gekauft. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Fächer. Das ist ja richtig extra. Da bin ich ja dabei. Der Fächer ist toll. Warum ist der toll? Weil der ist ganz offensichtlich nur ein Accessoire. Ja, weil da ist ja gar nichts dazwischen. Da ist ja nichts dazwischen. Wieselst du und da kommt ja gar kein Wind. Einfach nur hübsch. Schön. Eine Maske brauchen wir nicht. Wir sind sehr schön. Wir brauchen diese Maske nicht. Wir gehen ja auch zu keinem Masken, weil wir sind im Rosengarten. Und Flügel brauchen wir auch nicht, weil wir wollen ja da durchlaufen. Wir wollen ja schön spazieren gehen. Oh, ich kann mir sogar ein Schlösschen aussuchen. Oh, aber hier gibt es nicht einen Rosengarten. Ich glaube, das, wo ich hier drin schon stehe, ist schon das Meister an Rosengarten, was ich bekommen kann. Nehme ich an. Okay, und jetzt kann ich anscheinend ein Foto machen. Huch! Jetzt habe ich ein Foto davon gemacht. Huch! 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 Das ist hier alles... Ah! Okay. Also ich glaube, das war tatsächlich auch schon das Spiel. Ich fand es nicht schlecht. Also es gab da super viel Auswahl. Und wenn man einfach nur mal Lust hat, so ein schönes Konfessinnen-Outfit zusammenzustellen. Oder ich kann mir auch vorstellen, wenn man zum Beispiel irgendwie plant für einen Abschlussball oder sowas. Und man möchte sich so ein bisschen überlegen, in welche Richtung es geht. Dann kann man sich da schon Inspirationen holen. Finde ich eigentlich eine ganz hübsche App. Also ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit meinem kleinen Ausflug in den Rosengarten. Wenn das so ist, dann abonniert doch unbedingt diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine anderen Videos mehr. Ah! Halt, stopp! Es geht noch weiter. Wir sind weiter. Wir machen noch ein paar mehr Apps. Noch mehr Apps. Apps, Apps. Wir sind jetzt bei Spa Day Makeup. Jetzt haben wir ja gerade ein schönes Outfit angezogen. Und bevor man sich ein schönes Outfit anzieht, um zum Beispiel zu einem Abschlussball zu gehen, gehen viele noch mal zur Kosmetik oder was auch immer. Oder zum Spa. Vielleicht wart ihr auch schon mal irgendwo bei so einer Wellnessbehandlung. Ich auf jeden Fall schon. Und das ist schon ziemlich cool. Und dafür gibt es jetzt auch eine App. Und ich möchte wissen, ob das Spaß macht. Gucken wir mal rein. Okay, es wird geladen, Leute. Es wird geladen. Okay, wir haben Sharon, Chloe, Bella und Jenny. Und wollen wir sie... Also werden sie jetzt alle... Müssen muss ich mich um alle kümmern? Steht da irgendwo dabei? Ne, steht nicht dabei, was sie anders zu tun möchten. Okay, wir nehmen heute mal Sharon. Komm mit, Sharon. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Sharon möchte eine Gesichtsbehandlung. Das machen wir doch. Kein Problem, Sharon. Huch. Ah, was ist das hier? Was? Hey, was ist jetzt hier los? Ach nee, das ist Werbung. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich dachte gerade, das passiert hier alles automatisch. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich habe das schon alles gemacht. Ach, war das vielleicht gerade sogar Werbung für dieses Spiel, was ich gerade spiele? Okay. Huch, Sharon. Okay, also erstmal machen wir eine Gesichtsreinigung. Das mache ich auch jeden Morgen und jeden Abend. Einmal Gesicht komplett reinigen. Nicht unbedingt mit Seife, aber so. So, schön. Das glänzt doch jetzt hier schon wieder alles. Und einmal abtrocknen. Ganz vorsichtig. Was haben wir hier? Ah ja, das ist eine Lippenpflege. Und eine schöne Maske für die Lippe, damit die schön gut durchfeuchtet sind. Prächtig. Schön, die sieht auch schon besser aus. Ach, jetzt zupfen wir die Augenbrauen. Ja, das ist, das macht Sinn. Ja, schön. Oh ja, hübsch. Also, das ist doch jetzt eine sehr schöne Augenbrauenform. Wir drücken jetzt Pickel auf. Ich glaube, wir drücken jetzt Pickel auf. Ich glaube, das ist eigentlich gar keine gute Idee, das zu machen. Aber wir machen das jetzt mal. Auf magische Weise sind die alle verschwunden. Wenn das mal im echten Leben so funktionieren würde, Leute. Also, das wäre ja richtig nett, oder? Würde ich dir das auch so nett finden? Also, ich würde das sehr nett finden, wenn das auch im echten Leben so funktionieren würde. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, was das ist, aber... Okay. Ich brauche eine Maske für die Nasenspitze, damit die was auch immer tut. Besser riecht oder so. Was mache ich jetzt mit der Mandarine? Hat Sharon Hunger? Sharon, hast du Hunger? Nein! Liegen da gerade Mandarinen auf der... Äh, Apfelsin auf dem Auge? Oder Orangen? Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ich glaube, das brennt verdammt krass im Auge, Leute. Ich glaube, das brennt verdammt krass im Auge. Also, bei Gurkenscheiben gehe ich ja noch mit. Aber... Aber Orangen? Das macht doch hier... Da kriegst du doch hier Ausschlag. Und da brennt doch das so hier das ganze Auge rot danach. Wir sind hier ein Fake-Shop. Ein Fake-Shop, Leute. Oh nein. Wir machen die Leute gar nicht schön. Wir sorgen, dann würden ihre Augen rot werden. Oh Gott. Ei, 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 ei. Okay, wir tragen jetzt eine Gesichtsmaske auf. Okay, wir machen jetzt hier einmal... Einmal Hulk. Alrighty. Was machen wir jetzt hiermit? Dusche ich das jetzt ab? Ah ja, das ging aber schnell. Die Maske muss ja jetzt nicht lange einwirken. Okay, machen wir wieder trocken alles. Auch sehr wichtig. Was ist das jetzt hier? Ich weiß gar nicht, was hier alles passiert. Es wird hier bedampft. Wir dampfen. Wir kochen sie. Warum kochen wir sie? Aber jetzt schminken wir sie. Ne, was machen wir? Warum machen wir... Haben wir gerade ihre Sommersprossen weggemacht? Haben wir gerade ihre Sommersprossen weggeschminkt? Also das ist ja ein Käse. Ich mag Sommersprossen. Oh Quatsch. Huch. Und jetzt tragen wir einen Snapchat-Filter auf. Wir haben einfach einen Snapchat-Filter aufgetragen. Okay, also ich glaube, Sharon scheint zufrieden zu sein. Ich glaube, sie hatte einen guten Tag am Spa. Okay. Schauen wir uns das Haar-Ding hier auch nochmal an. Ist das eine gute... Ei, 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 ei. Was ist denn mit dir passiert? Sharon, wir haben uns doch gerade gesehen. Du hattest doch gerade noch ein Handtuch auf dem Kopf. Was hast denn du gemacht? Bist du in den Buschbaden gegangen? Das sieht ja... Was ist da passiert? Sharon, was ist passiert? Ich helfe dir, aber was ist passiert? Sharon, wir hatten doch gerade einen Spa. Ja, bist du danach irgendwie aus dem Fenster gehüpft und direkt in den nächsten Strauch reingewurschtelt? Ich habe eine Tür, ne? Ei, 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 Sharon, Sharon, Sharon. Ach, jetzt schneide ich... Ach so, ja, ich muss erst mal die Haare abschneiden. Nicht erst mal vielleicht den ganzen Schmutz da rausfummeln, sondern erst mal die Haare abschneiden. Oh, ei, 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 ei. Hier ist ja was los. Sind das Läuse? Entschuldigung, behandle ich nicht. Läuse können wir nicht behandeln. Geh nicht. Gosh. Ai, ei, 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 ei. Sprücht ihr gerade Insekten-Spray in die Haare? Also hier ist ja richtig was los. Was ist denn da? Hä? Was habe ich mir da jetzt draufgelegt? Sind das Eisbeutel? Hat die Beulen? Sharon? Was ist passiert? Sharon, was ist passiert? Leute, sagt mir bitte, was mit Sharon passiert ist. Hattet ihr schon mal... Also das ist ja Wahnsinn. Sharon, es tut mir total leid. Dann müssen wir was machen. Wir kriegen deine Haare geregelt. Okay. Waschen wir erstmal. Ja, das sieht doch schon besser aus. Jetzt ist doch hier schon wieder ein schöner Glanz. Ach, färben wir. Ist das jetzt wirklich jetzt? Nee, wir färben nicht. Das ist eine Maske. Mit Honig. Irgendetwas, was grün ist. Ich hoffe, wir machen ihre Haare jetzt nicht grün. Das wäre echt blöd. Ich glaube, das ist nur eine Haarmaske. Ich weiß aber nicht, was wir gerade da reingemacht haben. Es tut mir leid, Sharon. Ich weiß nicht. Wir färben deine Haare jetzt einfach mal grün. Grün ist eine schöne Farbe. Kannst du gut tragen. Okay. Okay. Gut. Fönen wir das. Okay, wir föhnen ihr die Haare. Ja, geföhnt. Alles klar. Und jetzt kämmen wir ihr die Haare. Ach nee, wir kämmen sie nicht. Wir frisieren sie mit einer Bürste. Okay. Was hättest du denn gerne für eine Frisur, Sharon? So was oder eher so was. Ich glaube, so was ist ganz nett, oder? Ach, jetzt färben wir die Haare. Ach, ich habe mich schon, habe ich mich schon final entschieden. Also Braun, Braun finde ich eigentlich schön. Ein Krönchen. Sie bekommen noch ein Krönchen von mir. Na klar, na klar. Schön. Klar. Ach so. Ich wollte dir eine Krone geben. Das ist keine Krone. Das ist auch keine Krone, aber das finde ich schon besser. Hier ist eine Krone. Jawohl. Prinzessin. Sehr schön. Ich würde, wenn ich so ein Beauty-Salon hätte, auch jedem eine Krone mitgeben, wenn er den verlässt. Safe. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß gehabt mit dieser App. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, nicht? Deshalb gehen wir jetzt direkt mal in die nächste App. Safety Girl heißt das. Hier müssen wir irgendjemanden retten. Ich weiß noch nicht genau vor was, aber schauen wir mal vor was. Okay, also wir retten jetzt hier jemanden. Okay, du siehst wirklich aus, als würdest du Hilfe brauchen. Ich weiß nicht, wie du in diese Situation gekommen bist, aber ich würde das jetzt einfach mal hier aufschneiden. Sieht gut aus. Habe ich richtig gemacht. Viel Spaß. Warst du schon? Ich habe sie gerettet. Okay, machen wir mal weiter. Okay, sie möchte raus. Jetzt die Frage, mit was machen wir jetzt die Tür auf? Damit vielleicht. Geht richtig aus. Ja, einfach einschlagen. Wenn ich von einer geschlossenen Tür stehe, schlage ich die auch mal mit einer Axt ein, die ich zufällig immer in der Hohentasche bei mir trage. Wisst ihr vielleicht nicht, aber Axt habe ich immer dabei. Kann mal passieren. So, okay. Das ist blöd jetzt mit dem großen Loch im Boden. Wie kommt denn das da hin? Ich weiß, also es sieht aber, es sieht nicht aus, als wäre das besonders sicher. Na! Wie hätte ich denn das mit dem Eimer machen sollen? Was soll sie denn mit dem Eimer machen? Soll sie sich den Eimer auf den Kopf setzen? Wie soll sie denn mit dem Eimer da drüber kommen? Kann mir das jetzt mal einer erklären? Wie sie mit dem Eimer über dieses Loch rüber laufen soll? Ist mir unklar. Ja, dass da ein Loch im Boden ist, sehe ich. Aber... Ach, Zement! Ja, Zement haben wir ja dabei. Kann ich immer einstecken. Bleibt man auch nicht hängen, wenn das frisch geklebt ist. Dann gehen wir sie mal weiter retten. Das ist der Entführer. Ich habe ganz viele Fragen. Ganz viele Fragen? Soll ich den Fernseher ausschalten? Oder ihm die Kiste über den Kopf ziehen? Die Kiste, vielleicht hilft das ja. Ich weiß nicht, was der im Fernsehen guckt, aber es muss verdammt spannend sein. Es muss verdammt spannend sein. Wenn er das jetzt nicht mitgeschnitten hat. Ich frage mich aber trotzdem, wie der das Loch da in den Boden gemacht hat. Es gießt in Strömen. Ja, hier gießt es auch momentan in Strömen. Ich würde dir einen Regenmantel empfehlen. Der Schirm fliegt nur weg. Okay, also ich muss sagen, ich bin richtig gut im Retten. Ich bin mega gut. Ah! Hilfe! Nein! Huh! Ei, 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 ei. Bleib bloß da draußen, Einhorn, Mensch. Einhorn. Hüpf. Ob ich danach heute noch Einhörner mag, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ups. Warum ist denn jetzt der Stuhl zusammengekracht? Was war das denn für ein Stuhl? Das war genau so ein blöder Stuhl, wie den wir da im Chaosstudio hatten, der da unter mir zusammengekracht ist. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, Leute. Das war eine Adopt-Me-Tanz-Challenge. Und da ist einfach der Stuhl unter mir zusammengefallen. Bei mir ist nichts passiert. Okay, wir laufen, wir laufen, wir rennen weg, wir rennen weg. Wir finden das komisch. Okay, ein Sessel. Wir haben einen Sessel dabei. Wir stellen den Sessel dahin und dann geht es uns wieder gut. Ja, es ist dunkel. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ne, pack nicht das Licht an. Pack nicht das Licht an, wenn... Oh Gott! Ah! Mein jetzt, mein Hund! Oh Gott! Äh, spielen. Spielen? Ups! Ich glaube, dieser Hund wollte nicht spielen. Ich mag Hunde. Ich habe sehr viel Respekt vor fremden Hunden. Deshalb fasse ich Hunde, die ich nicht kenne, nicht einfach so an. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass der Hund vielleicht spielen möchte. Aber der Hund hat nicht gedacht, dass er spielen möchte. Offensichtlich wollte der Hund nicht mit mir spielen. Leider. Hä? Das habe ich doch gerade schon gemacht. Ich habe sie doch gerade schon hier gerettet davor. Okay, retten wir dich halt nochmal. Kein Problem. Ich rette alle mehrmals. So oft, wie ihr gerettet werden wollt, ich bin zur Stelle. Ja, es ist dunkel. Nimmst du eine Taschenlampe? Okay, und der Hund? Ich will jetzt ein Stück Eisbein. Da hinten ist so ein Einhorn. Schnapp dir das. Mach einmal Haps und dann ist gut. Oh, ich habe sie schon gerettet? Ja, mega gut. Leute, ich habe doch gesagt, ich bin Retter. Ich bin einfach Retterin in der Not. Was will man da sagen? Würdet ihr euch auch von mir retten lassen in solchen Situationen? Absolut, oder? Wahnsinn. Wahnsinn, was ich da für krasse Rettungsaktionen gerade rausgehauen habe. Vor allem mit diesem Hund. Ich bin einfach Hundeflüsterer. Okay, also diese Apps aus der Kategorie Girlie und Mädchen. Welches war jetzt mein Lieblings-App? Ich glaube, das Spa-Day-Ding war meine Lieblings-App. Dress-Up fand ich auch cool. Und am Ende Save the Girl. Irgendwie bin ich da jetzt nicht so richtig rangekommen. Ich bin nicht so richtig dahinter gestiegen. Was jetzt? Warum? Also, ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das gerade nicht so ganz abgeholt. Aber ich hatte mal wieder sehr viel Spaß heute. Und ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß, Leute. Welche Apps soll ich noch testen? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!